Wie du es erwartest. Uuuu... 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 Dobra ludzie, w końcu mi się udało. Nie zauważyłem na to... ... żadnego potwierdzenia, że ta metoda... ...z pytaniem go działa jakoś, a przynajmniej ja nie potrafię tego dobrze zrobić, po prostu na pałę jakoś udało mi się wygrać ten worek złota. I na tym zakończymy z nim zabawy. Idziemy sobie stąd. Wracamy do miasta chociaż. W sumie tu mamy... ... praktycznie nic ciekawego. Z kupcem pogadajmy. Hello, Mr. Merchant. Ah, ty. Czemu jeszcze żyje ten rat? Przez pracuję na to. No dobrze. Co chcesz? Hmm... No chciałbym coś kupić. No chciałbym coś kupić. Co to? ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe das hier. Das ist zwei Gold per Thigh. A Thigh? Wie viel ist das? A gut zwei Dwarfs feet, oder eineinhalb Minotaur-Inches. Three-eighths Gnome, wenn du möchtest. Ich verstehe. Und wie viele Thighs in der Rolle? About eineinhalb Seastone Rods. Das ist ungefähr zwei Bathoms, oder? Das sollte es tun. Das ist ein Problem. Ich habe eine Pile von Gold hier. Really? Excellent! Denn das ist nur was die Rolle kostet diesen Tag. Aber das ist nur ein paar Thighs. Two Gold per Thigh ist der Netpreis. Der Rest ist Taxes. Der Staat klobbers all of uns. Aber ich brauche diesen Gold, um meine Tuition zu bezahlen in der Maid-School. Du bist viel besser auf investieren in dein Gold in Magically Treated Cloth. Du bist garter in dein Gold, du bist garter im Magically Treated Cloth. Du bist garter im Magically Treated blco. Und wenn du bist garter im Magically Treated Cloth. Der Weiss betam ich überhaupt nicht, was er macht. Du bist garter im Magically Treated Cloth. Du bist garter im Magically Treated Cloth. mit den effekten ich nur auf kann. Auf der anderen Seite... Hey, was könnte passieren? Ojej, buzię widzę w tym tęczu. Ein kleines potions in einem kleinen Vial. Vielleicht der zweiten potions wird etwas tun. Was? Strange, wiederum, nichts. Oh, warte, alles läuft. War das vielleicht alkohol? Ich glaube nicht. Ich kann noch nicht trinken alkohol. Oh, zurück zu normalem. Ein kleines potions. Ich kann nicht vorstellen, was das ist. Ich nehme nur noch eine Sippe, nur wenn es wieder alkohol ist. Hey! Alles wird größer. Endlich. Eine nutzliche potions. Ich bin. In den Knieg, in den Knieg, der Knieg von Thieves hat seinen Rund. Aber ich bin zu groß, dass ich da oben bin. Ok. Ich bin fast klein genug, um in den Knieg. Ich bin fast klein genug. Ich bin fast klein genug. Ich bin fast klein genug. Das ist nichts. Das ist, dass diese potions nur die Welt nur auf die gewisselle Größe. Und nichts mehr. Ich bin fast klein. Das ist nicht mehr so weit wie die Welt nicht mehr. Hallo, Herr Merchant. Ah, Sie! Warum ist dieser Rat still alive? I'm working on it. Well, good. What do you want? I tried to get into the sewers, but I'm too big. I bet you haven't been able to say that too many times, eh? I've got something for you here. It's a shrinking ring. It makes the wear a shrink. That might help. Thanks. What do you mean thanks? Pay me first? You know what? Just keep the ring. I can look for another way to get into the sewers. I'm sure something will come to me over the next couple of days or weeks. You won't have any problems dealing with the King of Thieves until then, will you? Hmm, right then. Here. But now I'm going to kill that rodent. I have to go. Maybe I'll come to my room. I'll come to my room. Let's see if it works. Wow! How disgusting! Mmm. But it's just the same. Das ist jetzt ein Mikstur. Das ist ein Mikstur. Das hilft, wenn ich nach dem König zu sehen. Ok. Das ist wichtig. Das ist ein Mikstur. Das ist ein Mikstur. Das muss... Oh, das muss ich nicht gewinnen. Ich hoffe, dass ich nicht in den Schweren werde. Auf geht's. Der Geruch ist nicht genau inspirierend. Ich denke, wo es das... Das ist weit und nicht weit. Wer sind Sie und was Sie wollen? Mein Name ist Wilbur Weathervain. Ich bin ein künstlerer Maid, fast fast. Hurra, Wilbur. Wie kann ich dir helfen? Ich habe dich aus dem Merchand, sehr beeindruckt. Danke, aber ich denke, der Merchand sieht es anders. Ich dachte, du sahst wie ein realer Hero. Obwohl, du bist nichts, aber ein Thief. Das ist nicht wahr. Ich habe den Merchand verraten, viele Mal. Und ich mache es wieder. Warum mache ich es? Warum mache ich es? Vielleicht bin ich nur greedy. Ich habe die Luxury. Ich glaube nicht. Wenn ich dir sagen, dass ich nach meiner Familie und Freunde sehe, dass es nicht genug Essen gibt für uns Rats, seit die Inhabitanten haben. Kann das nichts ändern? Nein. Ich werde immer ein Thief. Aber ein sehr interessierter. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, wenn ich sie für einen Schweren kaufen. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, wie es für einen Schweren ist. Er kämpft ihn. Er kämpft für seine Leben. Bravlich. Oh, wie... ...errible. Der Schmerz noch wächst, grüßt. Aber, außer uns Rats, gibt es ein paar Slime-Monsters, ein paar Skeletons, all die Sachen, die junge Adventurers expecten zu finden. Viele Leute kommen hier, nicht? Nicht so viel. In der Vergangenheit, als die Stadt war immer mehr Lively, in der Vergangenheit. Es war immer noch so viel. Es war fast, als ob jemand stand up da, senden die Neubis durch den Schmerz, in den Schmerz. Aber du musst du sie. Du kannst du andere manchen finden? Wie? Haltivate cereals hier und dann brachte bread? Wo sind die Rats? Wir haben keine Sensible Tums. Du kannst die Stadt verlassen. Es gibt mehr als genug zu essen, in den Wald und in den Wald zu essen. Ich würde gehen, aber wie soll ich die anderen rauskommen? Einige von ihnen sind so weak, sie sind auf alle Fortschreiten. Ich kann nicht jemanden hinterlassen. Ich bin auf eine Mission von einem Merchand. Ich sollte dich ausziehen. Oh, ja? Was ist das alte Skinflint? Was ist das für dich? Ich kann drei Dinge auswählen. Das bedeutet, dass du mich für dein eigenes Profit schlägst. Du bist ein Bounty-Hunter, Wilbur. Nein, nein, nein. Ich bin auf eine wichtige Mission. Und ich brauche den Merchand zu helfen, um es zu erreichen. Du solltest deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde sicherlich nicht mich verletzen, damit dein Merchand hat seine Revenge. Aber ich muss den Merchand deine Maske bringen, sonst werde ich nicht helfen. Und dann werde ich nicht beantwählen in der Schule der Mäge. Das bedeutet, dass ich nie eine Mäge sein werde. Das bedeutet, dass ich nicht die Mäge sehen kann. Das bedeutet, dass ich nicht die Räume geben kann. Das bedeutet, dass ich nicht die Räume geben kann. Das bedeutet, dass ich mich verletzt habe. Das ist kompliziert, oder? Nein. Du solltest mich verletzieren. In jedem Fall, ich muss dich rausnehmen, und dann geben dir Merchand deine Maske. Du willst... Du willst mich töten? Nein. Du kannst mich töten? Das ist ein anderes Nein. Das ist ein anderes Plan. Das ist ein anderes Plan. Aber wenn ich dir genug Essen für euch, damit alle von euch ein Essen können, dann kann man dann weggelegen? Natürlich, aber wo du all diese Essen? Du willst du sie? Du willst du sie? Ist das eine Mäge, wenn du ein Essen für eine Familie von sterbenen Rats? Ja. 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 Okay. Wenn du dich überrasst, dann werde ich dir meine Maske auch. Aber zuerst musst du uns die Prometste essen. Kein Problem. Ich hoffe. Was war das Problem mit dem Essen und der Hilfe wiederum? Wenn du uns etwas besser hast... Genau. Du musst etwas freshes Wasser. Wenn du willst, einen neuen Plan der Aktion. Wir Gnome leben unter der Erde selbst. Aber das macht nichts für mich. Die anderen Rats werden dort zurück, woanders und leidisch. Und leidisch. das ist der Geist. Schrojo ist nursweise für den Rats. Aber ich kann nur so nehmen sie von seinem Maske. Herr Bömer, will man sich sehen. Hallo, Herr Bömer. Hallo, Herr Underhill. Was willst du? Um, Herr Schildhand? Kannst du mir vielleicht ein bisschen von deinem großen Sandwichen? Nein. Hast du sicher? Warum sollte ich? Es wird ein langer Tag, und ich muss noch etwas für meine nächste Zeit. Und wie geht es? Wenn wir für Sandwichen in einem verrückten Spiel, Manu und Normal. Hm. Ähm. Was für ein Spiel? Ähm. Du gibst mir eine Nummer zwischen 1 und 100, und wenn du falsch bist, dann kriegst du Sandwichen. Und was kriege ich, wenn ich direkt auf bin? Ähm. Ähm. Nichts. Nur die Satisfaktion, dass ich einen gewonnen habe. Honiglich. Ich glaube, dein Spiel ist ziemlich dumm. Dann solltest du einen besseren? Ja. Es gibt nur eine Sache. Eine Däuel. Eine Däuel. Eine Däuel. Eine Däuel. Eine Däuel. Eine Däuel Karte? Natürlich. Was denkst du dann? Und wenn ich gewinnen, dann kriege ich Sandwich? Natürlich, warum nicht? Ich habe nie verloren. Ich bin Seastone's all-time unbeaten Champion in every class. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Nichts du wissen, Master of Dragonslayer's Defender? Oh, wirklich? Okay. Ich zeige dir. Wir haben beide eine Stack von Karten. Choose 10 von der Pile. Das ist dein Deck. Du solltest sehen, dass du 3 Red, 4 Yellow und 2 Green. Aber du hast auch ein Spezialismus in Polearm Weapons und ... Aber nur wenn deine Magic ist Light-Based, mit Fire-Magic oder Earth-Magic. Und das sind die Regeln. Mehr oder weniger. Entschuldigst du? Okay. Aber es scheint, dass du keine Chance für gewinnen, wenn du sehr gute Karte hast. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute Karte. Also, spielen wir noch ein Spiel? Okay. Dann spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karte. Ich weiß. Ich werde dir ein wenig. Aber ich kann dir nicht die unmöglichen Karte. Sie sind zu wertvoll. Ich bin sicher, dass du nicht so gute Karte hast. Okay. Dann gehen wir weg. Ja, boo! Ich bin kein Karte. Ja, ja, ja. Ich kann ihn nicht gewinnen. Es sind nur meine Karte. Ich habe keine Chance mit diesen. Ich werde meinen Karte. Ich werde dir nur meine Karte. Ich werde dir nur noch mal sehen. Ich werde dir nur noch mal sehen. Oh, ja, genau. Ich werde dir nur noch mal sehen. Oh, ja, genau. Hallo, Herr Merchant. Oh, Herr Merchant. Hast du noch die Karte? Ich denke, ich werde dir die Maske schnell genug bekommen. Es ist Zeit. Was willst du? Ich möchte etwas von dir kaufen. Was? Ich möchte etwas von dir kaufen. Ich möchte ein paar Master of Dragonslayer Defender Karte. Oh? Was ist das? Was ist das? Ein Karte. Ein Karte. Du musst gute Karte für gewinnen. Und du kannst kleine Karte kaufen kaufen. Und du kannst nicht wissen, was sind in den Karten? Nein. Du musst Glück. Sooner oder später, etwas gut wird da. Du musst einfach immer kaufen und versuchen. Auf meinen Ancestern. Was? Was? Oh, warum habe ich nicht so gedacht, wenn es hier noch ein paar Leute gibt? Es ist ein licenz, um Geld zu kaufen. Also... Du hast keine Karte? Du musst zurück nach der Krieg. Dann werde ich ein paar. Das ist garantiert. Ich sehe nichts, das möchte kaufen. Vielleicht später. Hm. Herr Markus? Ja. Ich sehe nichts über die Karte. Hast du gespielt Master of Dragonslayer Defender? Hm. Ja. Ich habe es gespielt für ein Zeitpunkt, bevor Wobb kam. Aber ich habe immer eine Schild-Hand. Back then, er war immer noch Pugh's assistant. Er war immer weiter und weiter, wie groß er war. Kein Wunder, mit diesen Karten. Ich habe gegen ihn gegen ihn, und ich habe keine Chance. Hm. Ich habe keine Angst, dass ich auf den Bartholomem gesehen habe. Ich habe ihn nicht aus seinem Schild. Hier. Das sind die besten Karte, die ich habe. Danke. Ich werde sie in meine Karte. Dann kann ich sie in der nächsten Karte. Ich habe ihn alles, was du hast. Ich werde sie in der nächsten Karte. 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 Ich werde sie in der Karte. Aber nur eine halbe kann nicht helfen. Okay. Hallo, Herr Schildhahn. Hallo, Herr Underhill. Was willst du? Ich denke, dass die einzige Grund, warum du gewinnen, dass deine Karten so viel besser sind als meine. Warum nicht du mir einen besseren? Was? So dass es für mich eher schwierig wäre? Warum würde ich das tun? Wenn du nicht um ein fairer Spiel gewinnen, dann würde ich es tun. Ich werde ein paar bessere Karten. Gut, dann geht's gut, wenn. Du bist in der Karten? Du möchtest, wenn du dich schuldigst? Okay, dann geht's mit dem. Wer ist der beste Spieler in dieser Stadt? Ja, Herr Schildhahn! Ja, ja! Ich verstehe keine Chance mit diesen Karten. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Das sind die Karten, die... Das sind die Karten, die Herr Schildhahn mir hat. Sie sind viel weniger als seine Karten. Ich bin auf. 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 Ich muss... Okay. Mr. King? Wie kann ich dir helfen? Der Stadtgarten ist ein großartiges Sandwich. Und wenn ich ihn mit dem Spiel von Karten schaffe, ist es mir. Der Stadtgarten hat immer ein bisschen leckeres Essen mit ihm. Aber er wird niemals verlieren. Er muss sich ziemlich sicher sein, dass er seine Spiel nicht verlieren wird. In dem Moment, ich glaube, das ist eine sehr reale Möglichkeit. Mr. Shieldhand hat viel bessere Karten als ich. Was kind of Karten sind sie? Different Karten. All mit einem Bild und einem Text. Die Backen sind blühen, mit brüllen Längen. Ich habe schon gesehen, dass das so etwas wie das. Ich denke. Sehr gut. Ich muss nachdem, wenn du was beschwunigst. Ich muss nachdem. Ich habe etwas für Sie. Oh! Oh! Wilber! Pst! Hier! Oh! Oh! Hallo! Was ist? Ich habe etwas für Sie. Eine Spielkarte. Ich wusste, dass ich das vorher schon gesehen habe. Ich wusste, dass er sich in seiner Karte schwebt. Aber er bleibt schwebt. Er hat eine schwebtige Karte. Sieht ihr? Sieht ihr Teil einer speziellen Karte. Auntie Juanita hat gesagt, dass er sich aus einer Karte schwebt, nachdem er schwebt die Karte. Wow! Danke! Ich hoffe, dass es dir hilft. Kula! Ich benutze das magische Karte, um beide Karte schwebt in der Karte zusammen. Es funktioniert. Hmm... Karte ist strange. Sieht eine Karte. Sieht eine Karte. Sieht eine Karte. Sieht ihr das überhaupt nicht. Hallo, Herr Underhill. Was willst du? Ich habe eine Karte. Ich habe ein Karte. Sieht eine Karte. Ich habe eine Karte. Ich habe nur gefragt, warum der Karte schwebt und so. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... ... ...vermacht. Es ist fast gut als die neue Karte. Es ist fast gut. Es ist gut als die neue Karte. Nein. Unfortunately. Keine Karte oder verpärated Karte kann in der Play... Aber... Ich weiß die Regeln genauer, Und ich kann keine Exzettungen machen. Du kannst nicht benutzen, diese Karte. Und du hast sicher, dass du das nicht einfach gemacht hast? Was? Potenzial zu werden, ein Mage. Markus ist wieder teaching? Ja, und er möchte mich sein, seine Pupil. Ich kann das vorstellen. Und was er will? Ich muss nur einen Magik-Wand und eine Mage-Rolle. Und was noch? Well, das und eine Pile von Gold. Gold? Da geht's. Er will nur einen Geist. Verworte mich, du kannst du ein Magik. Keine Geld. Du wirst sehen. Ich gehe nach meinem Magik-Diploma. Du wirst sehen. Hahaha. Herr Markus? Ja? Das ist er. Ich bedanke mich. Was ist das? Die offizielle Regeln. Und es sagt hier, dass man eine Karte in irgendeiner Karte kann, so lange, dass zumindest 51% der Karte ist intact, und der Text kann sein. Das bedeutet, dass man aus der Karte ist, wenn er nicht die Herausforderung hat. Gebe den Karte, steck ihn in seine Karte, und mach ihn, Wilber. Mit der größten Karte. Dann gehe ich, was ich brauche. Wenn du so sagen. Hallo, Herr Schildhand. Die Regeln sagen etwas ganz anders, über die Karte zu verabschieden Karte, als was du, Herr Schildhand. Aber... Das kann nicht richtig sein. Oh, ja, das ist. Ich habe dich hierzu und werde ich die Karte benutzen. Aber... Well... Das wird dir nicht helfen. Ich bin der Karte. Der Karte. Das ist einfach nicht möglich. Das war ein Gewinnen, ich würde sagen. Aber ich bin der Karte nicht wiederkrankter! Der Rettungsmacht. Der Karte nicht wiederkrankter, darf ich jetzt einen Sandwischen? Das ist nicht fair! Du hasto verabschiedelt! Ich möchte ein Revengerisch! Aber ich bin der Karte nicht. Du kannst du das nicht gewinnen. Was wünscht ihr euch, wenn ich wieder gewinnen würde? Können wir auf die Tower gehen? Nein, das kann nicht sein. Etwas anderes. Was willst du dann? Hmm... A Magik Wand? Ich habe keine von diesen. Wird der Welt? Nicht in meinem Macht. Dann denke ich, dass ich einfach das Sandwich nehme. Wir haben uns gewohnt, dass ich dein Sandwich bekomme, wenn ich dich gewinnen würde. Aber ich werde es nicht geben. Ich will Revenge. Ich habe gewonnen. Fair und square. Und das ist genau das, was ich alle sagen werde. Das ist nicht möglich. Ich bin der Champion. Ich bin. Niemand kann mich verletzen. Hmm... Wie geht's das? Du gibst mir das Sandwich, und ich werde einfach vergessen, dass ich dich verletzen würde. Und ich möchte meine Karten zurück. All die Karten. Ihr auch. Wir haben nie gespielt. Und ich bekomme das Sandwich? Das ist es. Und ich werde es noch nicht erwähnen. Okay? Okay. Okay. Alright. Okay. Ich bin froh, dass ich das zu hören. Aber wir gehen nicht bis dahin, bis du deinen Maid zu bekommen. Wir gehen uns zu helfen. Ich frage mich, ob es da ist etwas, was wir in der Schuhe für dich. Oh, danke. Ich mache das. Und hier ist eine meiner Maske. Ich werde mich nicht mehr sagen lassen. Du kannst mich behaupten, dass du mich verlet hast. Also, gute Glück. Danke. Wie kann ich dir helfen? Kannst du dir ein paar Sachen für mich für mich? Natürlich. Was brauchst du? Ich muss mir selbst einen Maid zu verletzen. Kannst du dir, ob ich einen Patten finden? Hmm, eine Patten, um einen Maid zu verletzen. In Gnome-Size. Nicht so easy feet. Aber es war ein großer Teilers-Workshop im westen der Stadt. Es ist möglich, dass junge Maid zu verletzen, auch ihre Maid zu verletzen. Ich sende ein paar Ratshofer. Das wäre schön von dir. Vielleicht gibt es noch etwas da. Du wirst nicht eine Magische Wand, würde du? Vielleicht machen wir. Viele Maid zu verletzen in den Schuhe für die Schuhe, einige von ihnen nie verlassen. Kannst du mir einen Schuhe für einen Schuhe? Natürlich. Wenn wir etwas finden, wir holen eine Schuhe für die Schuhe in der Schuhe, und die Schuhe da. Okay? Great. Danke. Und jetzt für etwas völlig anderes. Schau dir, Herr King. Schau dir, mein Freund. Ratsch in der Britt-iere Schuhe, Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.